Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Hoffentlich kommt kein Hai. Das wär's ja, wenn ein Hai kommt. Dann wären wir wahrscheinlich tot. Verstecken wir uns mal. Können wir schon schießen? Ja, ich glaube schon. Okay, der ist tot. Na, nachladen. Schade, dass nur zwei Kugeln auf einen trifft und dann nicht... Nicht bei einem Schuss, wär noch besser. Wo denn, wo denn? Ah, geh weg. Und ich hab dich. Nicht du, mich. Ja, ich sicher. Mir nah. Wo bist du? Da scheint ein Weg durch diese Container zu sein. Okay, der ist da hinten. Ja, ich weiß, es war jetzt gerade ein bisschen ein blöder Spruch, aber... Es hat irgendwie ein bisschen gepasst. Okay, kontrollier deinen Sauerstoff. Wir gehen unten durch die Höhle. Okay, jetzt etwas runter. Das ist etwas tiefer, auf jeden Fall. Wir gehen weiter runter. Behalte den tiefen Messer, Mauche. Hier sind lauter Ölfässer. Nicht steigen. Ah, so klappt's auch. Lauter Fische. Weniger Fische, als ich dachte. Der Empfang ist starker Sonarme in eurem Bereich. Dieser Wasserdruck könnte tödliche Auswirkungen haben. Halte die Flaschen oben und den Kopf unten. Nein. Und Türe auf. Das wird aufgeschweißt. Und jetzt noch das Zweite. Yeah, Türe auf. Und lauter Ölfässer wieder. Das wird die ganze Umwelt verschmutzen. Wow. Okay. Okay, zum Messern ist das. Wow. Wow. Was passiert hier? Sogar die Türe fällt ab. Hoffentlich bloß keine Haie. Die sind nicht gemütlich. Okay. Sogar der Fischschwarm kommt sogar entgegen. Netz hoch, hoch. Ich helfe dir. Wow. Okay. 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 Hier. Yeah. Wow. Es fällt um. Wow. Beseiten. ich stecke fest wir können nicht mehr atmen wir kriegen luft wir haben gerade noch glück gehabt unser arm blockiert durch so ein felsen okay da hatten wir glück ich bin nicht so schnell wie der ja alles fett runter wir müssen aufpassen nein es fliegt auch runter wir müssen hoch ganz soll gegner geht weg gerade die gegner kann ich jetzt nicht gebrauchen okay ich komme aber wir müssen auch schießen wir können nicht alles beachten wo denn hier ist neuner genau und hier noch haben wir ihn ja wir haben ihn müsste kommen wieder neue geht mal weg oh nein 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 hier ist noch einer okay weg 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 bist da ist auch noch einer hierher nachladen jetzt weiß ich aber nicht wo der ist mein team kollege ja ganz toll okay hier sind noch welche wir dürfen ihn alles noch nicht aus den augen lassen da kommen noch welche miss drei stück es ist noch zwei zwei hat zwei sie auch was mich genau erschossen hat so wohin jetzt und kommen noch welche weil der ist nicht so versteckt okay es kommen noch welche so wie es aussieht man hat nie seine Ruhe haben wir ihn wir haben ihn wir haben ihn wohin jetzt es ist auch ein bisschen dunkel weil manchmal es steht daneben dort man sieht ihn einfach nicht weil es gerade zu dunkel ist okay das ist gar nicht gut ich folge dir hinterher woher wie ich das schon mal gesagt habe auf jeden fall ist das die schwierigste Mission was ich finde die es gibt okay das ist schön zu hören dass wir sicher sind es geht weiter runter ich weiß nicht genau wo wir genau jetzt sind wir sind hier auf dem Schiff weil es hier alles so enge Räume gibt nein das bedeutet Haie oh je nein zwei Haie oh je aber bleib am Leben dass ich dann auch noch verrecke wenn ich hier jetzt nichts mache ich also oh jetzt könnte was werden versuche ihre Bewegung vorauszahren so ganz ganz langsam ganz langsam so langsam wie es geht auf jeden fall so ich bin da ja wir haben es geschafft erst ganz ganz langsam und dann so schnell wie es geht ja ich gehe nicht an die Fenster ran habe ich auch nicht vor alles wackelt es geht immer weiter runter es geht immer weiter runter wir scheinen sich jetzt zu sein wir scheinen sich jetzt zu sein wir scheinen sich jetzt zu sein Scarecrow hier ist 62 nähern uns Sammelpunkt Echo alles bereit für Phase 2 verstanden 6 schön von euch zu hören wem sagst du das hier ist eine Leiter und bei allem hing Rock über mir wie eine schwarze Wolke wir hatten eine Bohrinsel zerstört eine ganze Flotte weggelockt einen Zerstörer versenkt doch da war diese eine Frage wo ist Rock hier vor uns er ist wirklich so gut wie ein Geist aber was war jetzt mit ihm da war etwas in dieser Fabrik und die Föderation wollte nicht dass wir es sahen doch wir waren gerade dabei herauszufinden was es war wir waren erstmal wieder im Dschungel so sieht es mal aus und tschüss und es ist auf jeden fall dunkel helikopter was meiner eher deiner es ist auf jeden fall dunkel ich sehe hier nicht viel weiß auch gar nicht wo der genau ist ach hier und tschüss ok wir haben uns versammelt das ist schon mal sehr gut wie soll man ich sehr gut dann nimm ihn dann kommen wir locker rein ja unser vorteil muss man natürlich schaffen ist schon offen nein noch nicht jetzt aber los los ich muss ihm also folgen schon erledigt und und welches er ist beides der ist runtergefallen und tot die südliche tür erreicht ziemlich groß was immer da drin ist die wollen dass es sicher ist keine kameras in der schwarzen zone ihr seid am euch gestellt beginne überbrückung gehen rein jetzt kommen wir rein angriff wo überall greifen die an nachladen so jetzt aber nein aufpassen wir müssen also hier lang da war ich kurz zu voreilig sieht aus wie irgendein satellit mit einem verdammten waffenpaket scarecrow wir haben es sieht aus wie satellitenwaffen verstanden übermittlung zur erkennung ok eine satellitenwaffe ok stäben wo seid ihr na los ok ich würde natürlich mehr labern aber das problem ist die reden man kann sagen schon sehr oft und deswegen will ich auch versuchen dass man die stimmen auch hört und deswegen rede ich etwas weniger tut es mir schon ein bisschen leid aber man will ja auch wissen um was es geht sind jetzt keine gegner mehr da oder wie ok ja ich muss auch daten zoomen die fabrikationsdaten aus der satelit trägt die nummer 24 wie viele gibt es hier sind verschlüsselte daten offenbar daten starts vorhersagen ich verstehe das nicht sind die schon gestartet wir haben hier draußen aktivität und zwar viel daten sichern und dann raus da sofort nein was passiert jetzt wir haben es wohl bemerkt boah granate haben wir ja noch kommt her wir besiegen euch rauch brauche ich nichts mehr ein bisschen zu für rauch ah ok viel viel besser nein geh weg jetzt habe ich den getroffen wenn er nicht auf seite wollte nein den helfen wir gehen mal ein bisschen mehr raus kommt sogar eine mit schild da in der lücke ich komme da nicht rein wenn der weg ist so jetzt komme ich raus so da seid ihr und er lebt noch sogar zwei der ist tot granate oh nein ich sehe nichts ok jetzt haben wir wieder normale sicht ich wäre beinahe verreckt aber Gott sei Dank nur beinahe beinahe doch nein 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 beinahe durch eine granate wir haben echt glück so wie es aussieht die gegner sind wahrscheinlich die gegner sind wahrscheinlich überall da hinten ist einer mit laser granaten habe ich noch drei stück kann ich schmeißen ja kann ich ob es auch so weit ankommt ist die frage ja kommt sogar sehr gut nochmal nochmal und nein was noch nicht ja der mit dem Schild noch der ist richtig hart der mit dem Schild der will nicht sterben so jetzt aber so verstecken nachladen und schießen boah gut das waren alle oder oder auch noch nicht ich gehe mal weiter hoch ja okay ich bin also der Anführer kann man so sagen die müssen also mir folgen obwohl ich ja meistens denen folge da ist noch einer okay die haben ich jetzt beinahe nicht gesehen war aber knapp helikopter und weg mit euch misst nachladen granate schenke ich euch ich habe nur Lahnung für die Gegner auf jeden Fall zu viele die laufen da einfach weiter boah ich sehe ja fast nichts mehr der Rauch daran liegt es auf jeden Fall weiter geht's wir haben es fast geschafft hier bin ich ah der lebt ja noch oder war da noch einer ich habe nicht mehr viel Muni hier ist einer und hier okay in Deckung schnell es ist ein geschütz oder wie wo ich bin ganz schön angeschossen so heute habe ich mich das hat tatsächlich ein geschütz anhänger drauf und ich komme wir haben es geschafft noch nicht ganz sieht aber schon mal richtig gut aus wow alles explodiert helikopter wir haben starke probleme ich schieße schon drauf das J-Saw gibt uns weitere Anweisungen Zeit nach Hause zu gehen Jungs